Und sie machten sich in der kalten Nacht auf den Weg. Denn sie glaubten, es soll einen Stern geben für alle, die den Ausweg suchen aus der Finsternis. So unbarmherzig auch die Nacht, so saug auch die Welt sein mag in dieser kalten Zeit. Es muss einen Stern geben für alle, die so wie der Hirt den Schritt einhalten und sich kümmern um Zurückgebliebene. Es muss einen Stern geben für alle, die die Weisheit haben, in einem kleinen verletzbaren Wunder die Kraft und die Schönheit des Menschseins zu sehen. Es muss einen Stern geben für alle, die in sich das Licht hüten und am Lebensweg kleine Lichter entflammen lassen, Begegnung und Wärme für andere Pilger des Lebens. Ja, ein Kind wird kommen. Seit tausenden von Jahren sehnt sich der Mensch in der Finsternis nach dem Licht, verlangt der Mensch in der kalten Nacht nach dem Kind, das kommt. Uns sagt die Tradition, es kommt jedes Kind zu uns mit einem Funken des wahren Lichtes aus der gewaltigen Welt der Gewaltlosigkeit, der Wärme, der Liebe, des menschlichen Zusammenseins. Jedes Kind ist Funke und Neubeginn. Ein Kind kommt. Frohe Weihnachten und ein prächtiges Jahr 2023, voll mit kleinen Lichtern auf eurem Wege. Liebe und Fons. Frohe Weihnachten und ein Kind.